ARD Text im Auftrag von Funk Haben Sie Drogen genommen? Ja, jede Menge. So wie alle, die Ihnen nicht passen, oder? Mensch, Junge. ... an einem Fußballer aufgerufen, der am nächsten Tag erschlagen am Maschsee lag. Das habe ich nicht, so war das auch nicht gemeint. Wo waren Sie noch? Kevin Favar, wie kann man denn unabsichtlich Mails lesen, bitte? Ja, aber... Was? Ihr... Verdammt. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesprochen? Vor... Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Ich fahre nicht mehr Körperfälle zu. Herr Walter darf versorgen, dass Sie mir die Lizenz...